Märchen aus Tausend und einer Nacht Geschichte des Hassan aus Basra und der Prinzessinnen von den Inseln Wakwak Hassan blieb nun über seine Lage nachdenkend bei Schawahi, weinte und rezitierte folgende Verse. Der Moschus des Wiedersehens duftet, der Zephir weht von der Wohnung der Geliebten her, und ich gerate außer mir vor Liebeschmerz. Die Nacht der Vereinigung wird zum lichten Morgen und der Trennungstag zur schwarzen Nacht. Der Abschied von der Geliebten ist hart, und das Leben fern von ihr eine grausame Qual. Ich finde keinen Zufluchtsort und auf der ganzen Welt keinen wahren Freund. Dich vergessen ist unmöglich. Ich höre nicht auf gemeine Tate. O Einzige an Schönheit, auch meine Seele ist einzig. O du Unvergleichliche, mein Herz ist dahin. Wer dich liebt und Tadel scheut, ist Tadelnswert. Schawahi ließ dann die Trommeln rühren, die Armee brach auf, Hassan im Meer seines Nachdenkens versunken, folgte der Alten, rezitierte allerlei Verse, und die Alte gab sich viele Mühe, ihn zu trösten und zu ermutigen. So gingen sie bis zur ersten Insel der Vögel. Als sie dahin kamen, hörten sie ein so lautes Gezwitscher, dass Hassan glaubte die ganze Welt stürzte zusammen. Er wurde im Kopf verwirrt, verlor den Verstand, wurde ganz betäubt, fiel in Ohnmacht, war dem Tode sehr nah und dachte bei sich selbst, wenn es im Lande der Vögel so zugeht, was wird's erst im Lande der wilden Tiere geben? Die Alte lachte ihn aus und sagte, »Mein Sohn, wenn du in der ersten Insel dich so benimmst, was willst du auf den anderen Inseln tun?« Hassan wendete sich zu dem erhabenen Gott und erflehte seinen Schutz und seine Hilfe zur Erfüllung seiner Wünsche. Als sie nun in ununterbrochenem Marsch das Land der Vögel durchzogen hatten, kamen sie in das Land der wilden Tiere. Da hörte Hassan ein Lärmen, das er glaubte, die ganze Welt drehe sich um. Dieses Geräusch war noch weit stärker als das der ersten Insel. Dann reichten sie das Land der Genien, die Hassan so erschreckten, daß er es bereute, sich in ihr Land gewagt zu haben. Doch betete er zu Gott und entkam auch glücklich aus dem Tale der Genien. Sie gelangten hierauf an einen Fluß an dem Fuße eines sehr hohen Berges, flogen an dessen Ufern ihre Zelte auf, und die Alte errichtete Hassan eine Bank von vergoldetem Zypressenholz mit Perlen und Edelsteinen besetzt. Die Truppen stellten sich vor der Alpen auf, die ihnen Speisen und Getränke bringen ließ, und als sie gegessen und getrunken hatte, entkleideten sie sich, um im Flusse zu baden und dann zu schlafen. Denn nun hatten sie nichts mehr zu befürchten. Hassan verhüllte sein Gesicht, so daß man nur seine Augen sehen konnte, und da er neben Schawahi saß, hielt ihn niemand für einen Mann. Als daher die Mädchen ihre Kleider ausgezogen und im Flusse eine Abteilung nach der anderen sich badete, konnte Hassan die verschiedenartigsten Reize an diesen schönen Jungfrauen bewundern und an dem Lieblichsten, was Gott erschaffen, seine Augen ergötzen. Die Alte hatte absichtlich ausrufen lassen, die Mädchen sollten alle vor ihrem Zelte sich baden, damit, wenn Hassans Gattin sich unter ihnen fände, er sie erkenne. Aber Hassan sah seine Gattin nicht unter ihnen. Zuletzt kam eine Jungfrau mit zehn Sklavinnen und dreißig Dienerinnen, die sich ebenfalls entkleideten. Nachdem die Herrin allerlei Spaß und Mutwillen mit den Dienerinnen im Wasser getrieben hatte, stieg sie wieder ans Land, man trocknete sie mit seinen Tüchern ab und brachte ihr Kleider und Schmuck von Genienarbeit, worauf sie wieder mit ihren Dienerinnen sich entfernte. Hassan war ganz außer sich, als er dieses sah, und sagte der Alten, »Dieser hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem fliegenden Mädchen, das ich auf dem Schloß meiner Freundinnen gesehen. Auch hat diese es ebenso mit ihren Dienerinnen gemacht. Aber doch,« fuhr Hassan fort, »ist sie nicht meine Gattin. Nein, bei meinem Leben, keiner unter allen ist so schön und so hübsch gewachsen wie meine Gattin.« Die Alte bat Hassan ihr einmal seine Gattin deutlich zu beschreiben. »Denn«, sagte sie, »ich kenne alle Mädchen auf der Insel, Wack-Wack, ich bin ja ihre Anführerin und weiß ich einmal, welche deine Gattin ist, so werde ich mich bemühen, ihrer habhaft zu werden.« »Meine Gattin«, begann Hassan, »hat ein ovales Gesicht wie der leuchtende Mond, einen Wuchs wie die Zweige des Bahnen, einen wohlgeformten Busen, schwarze Haare, einen feinen Körper, weiße Zähne, eine süße Zunge, sie hatte Lippen wie Korallen, Wangen wie zwei Hosen mit einem kleinen braunen Mal, schwarze Augenbrauen, einen kleinen Mund und zart gebaute Hüften.« Da sagte die Alte, »beschreibe sie noch einmal!« Und Hassan setzte noch hinzu, »meine Gattin hat ein schönes ovales Gesicht, einen langen Hals, eine leuchtende Gesichtsfarbe, Wangen wie eine Mohnen, einen Mund wie ein Siegelring von Karniol, Zähne, die wie Perlen glänzen und zwischen denen Moschus hervorduftet.« Als die Alte dies hörte, beugte sie den Kopf eine Weile zur Erde. Dann erhob sie ihn zu Hassan und sagte, »Ich gehe durch dich zugrunde, o hätte ich dich nie gekannt, denn ich kenne nun deine Gattin. Sie ist die älteste Tochter des Königs, der über sämtliche Inseln Wackwack regiert. Öffne nur deine Augen und schärfe deinen Verstand und erwache aus deinem Schlafe, denn wenn diese deine Gattin wäre, so wirst du sie nie mehr wiedersehen. Zwischen dir und ihr ist so weit wie vom Himmel bis zur Erde. Kehre nur bald um, sonst gehen wir beide zugrunde.« Als Hassan dies hörte, weinte er, bis er in Ohnmacht fiel. Aber Gott hatte der Alten zu ihm so viel Liebe wie zu einem Sohne eingeflößt. Sie weinte neben ihm, bis er wieder zu sich kam. Dann sagte er, »O meine Herrin, wie soll ich jetzt umkehren, da ich nun einmal so weit gekommen bin? Ich hätte nie gedacht, daß du mich verlassen würdest.« Schawai erwiderte, »Mein Sohn, ich glaubte, deine Gattin sei ein gewöhnliches Mädchen. Hätte ich gewusst, daß sie eine Prinzessin ist, so hätte ich dich nicht so weit kommen lassen. Doch, mein Sohn, du hast ja nun alle Mädchen gesehen. Sage mir, welche dir am besten von ihnen gefällt. Du sollst sie statt deiner Gattin haben. Denke dir, deine Gattin und ihre Kinder wären gestorben. Nimm daher eine andere und kehre in Frieden nach Hause zurück, ehe du dem König in die Hände fällst. Sonst kann ich nichts mehr für deine Rettung tun. Ich beschwöre dich, tue dies und laß mich nicht deinen Untergang sehen.« Hassan schlug den Kopf zur Erde nieder und sprach weinend einige Verse, welche seine innige Liebe zu seiner Gattin aussprachen. Als er seine Verse vollendet hatte, sagte sie ihm jedoch noch einmal, »Mein Gott, mein Sohn, ich weiß nichts zu tun. Wenn ich mit dir in die Hauptstadt gehe, so ist zum dich geschehen. Und wer weiß, was die Königin tun wird, wenn sie deine Ankunft erfährt, da doch sonst kein Mensch zu ihr gelangt. Und wie soll ich dich mitnehmen in die Stadt, wo die Jungfrauen, die du im Bade gesehen und die vor dir nie einen Mann erblickt haben, dich bald wiedererkennen?« Hassan schwor, er habe keinen unkeuschen Blick auf sie geworfen. Aber die Alte fuhr fort, »Mein Sohn, geh in deine Heimat zurück, suche dein Leben zu retten. Ich will dir das schönste Mädchen und die reichsten Schätze geben.« Hassan weinte, küßte ihr die Füße und sagte, »Da ich so weit gekommen bin, soll ich nun, ohne mein Ziel zu erreichen, umkehren? Jetzt, wo ich im Lande meiner Geliebten bin und ein baldiges Wiedersehen erwarte? Vielleicht ist mir das Glück günstig.« Hierauf rezitierte er wieder Verse, klagte und jammerte so lange, bis Schawahi ihm schwor, sie wolle das Äußerste wagen, um ihn wieder in den Besitz seiner Gattin und seiner Kinder zu setzen. Hassan fühlte sich wieder neu gestärkt und unterhielt sich den ganzen Tag mit der Alten. Des Abends trennten sich die Mädchen. Ein Teil von ihnen ging in die Stadt, da ein anderer in die Zelte, und Schawahi ging auch mit Hassan in die Stadt, führte ihn zu einem einsamen Platze, wo ihn niemand sehen konnte, damit die Königin noch nichts von ihm erfahre, bediente ihn selbst und erzählte ihm von der Härte und Strenge des Königs, seines Schwiegervaters. Hassan bat sie noch mal, ihn nicht zu verlassen, da er doch einmal auf sie sein Vertrauen gesetzt. Sie fing an, ernstlich darüber nachzudenken, wie sie den jungen Mann zu seiner Gattin bringen könnte, da er sich doch von nichts abschrecken ließ und keine Gefahr scheute, um nur wieder zu ihr zu gelangen, wie das Sprichwort sagt, der Liebende hört nicht die Worte des Gleichgültigen. Endlich beschloß sie, Hassans Angelegenheit der König dieser Insel, welche nur Alhuda hieß, vorzutragen. Diese war eine der sieben Schwestern von Hassans Gattin, und ihr Vater mit seinem Heer residierte auf einer anderen Insel, welche durch ein tobendes Meer von den übrigen Inseln getrennt war. Schawahi konnte ohne Schwierigkeit zu Nur Alhuda ins Schloß gehen, denn sie war ehedem Erzieherin der Prinzessinnen gewesen und stand noch bei ihnen und bei ihrem Vater in großem Ansehen. Als Nur Alhuda die Alte sah, stand sie vor ihr auf, umarmte sie und fragte sie nach der Veranlassung ihres Besuches. Sie antwortete, »Wei Gott, o Königin der Zeit, ich habe eine Angelegenheit, in der du mir behilflich sein sollst, ich würde sie dir nie mitteilen, wenn ich nicht so viel Vertrauen zu dir hätte.« »Was ist dein Anliegen?« fragte nur Alhuda. »Erzähle nur. Kostet es mein Leben, es soll dir mein Beistand nicht fehlen. Ich, mein Gut, meine Truppen, alles steht zu deiner Verfügung.« Die Alte erzählte ihr Hassans Geschichte, von Anfang bis zu Ende. Sie zitterte aber wie ein schwaches Rohr bei stürmischem Wetter und rief, »Gott bewahre mich vor der Strenge der Königin, als sie ihr gestand, daß sie ihm am Ufer Schutz gewährt, ihn bewaffnet mit zur Armee genommen und nun in der Stadt verborgen habe.« Auch setzte sie hinzu, »Sie, meine Tochter, ich habe ihn vor deiner Strenge gewarnt, aber er weinte, rezitierte Verse und sagte, »Lieber will ich sterben, als ohne meine Gattin und Kinder leben. Ich habe nie mehr Unerschrockenheit gesehen, als er besetzt, so sehr hat sich die Liebe seiner bemächtigt.« Als die Alte vollendet hatte, geriet nur Alhuda in heftigen Zorn, schlug den Kopf eine Weile nieder, hob ihn dann wieder zur Alten hin und sagte, »Du verruchte Alte, wer hat dir die Macht gegeben, uns einen Mann hierherzubringen? Hast du je ein solches Beispiel erlebt? Bei meinem Haupte, wärest du nicht meine Erzieherin und Dienerin, ich würde dich gleich mit ihm in erbärmlichster Weise umbringen lassen, daß deine Geschichte überall als Warnung diene. Doch jetzt geh und bring ihn schnell hierher, oder ich lasse dir den Kopf abschlagen, du Verdammte!« Die Alte ging ängstlich bebend fort und wußte nicht, ob sie im Himmel oder auf der Erde war und dachte, »Es ist ein Unglück, das mir Gott zugeschickt hat.« Als sie zu Hassan kam, sagte sie zu ihm, »O du, dessen Lebensziel herangenahrt, steh auf, die Königin will ich sprechen.« Auf dem Wege nach dem Schlosse hörte Hassan nicht auf, den Namen Gottes zu erwähnen und ihn um Beistand in seine Bedrängnis anzufliehen, während die Alte ihn belehrte, wie er mit der Königin sprechen sollte, worauf er antwortete, »Wenn das göttliche Urteil gefällt ist, so wird der Hellsehende doch blind.« Im Schloß angelangt, warf sich Hassan vor der Königin, die verschleiert war, nieder, grüßte sie und sprach folgende Verse. »Lange dauere dir ein überschwängliches Glück, solange die Welt besteht. Gott vermehre stets deinen Ruhm und deine Macht und stehe dir gegen alle deine Feinde bei.« Als Hassan diese Worte gesprochen hatte, gab die Königin der Alten durch einen Wink zu verstehen, sie möchte statt ihrer Hassan anreden. Da sagte die Alte, »Dein Sohn, die Königin erwidert deinen Gruß und frag dich, wie du heißt und wie deine Gattin und deine Kinder heißen.« Hassan antwortete, »O Königin der Zeit, dein Sklave heißt Hassan, meine Heimat ist Baßra, von meinen Kindern heißt das eine Nasir und das andere Mansur. Den Namen meiner Gattin aber weiß ich selbst nicht.« Hierauf fragte ihn die Königin selbst, »Aus welchem Orte hat deine Gattin deine Kinder entführt?« Hassan erwiderte, »Aus Bagdad, o Königin.« Hierauf fragte sie, »Was hat deine Gattin gesagt, als sie mit ihren Kindern davonflog?« Hassan antwortete, »Sie hat meiner Mutter gesagt, wenn dein Sohn wiederkehrt und die Nächte der Trennung langfindet und sich nach mir sehnt, so solle er zu mir auf die Inseln Wagwag kommen.« »Dies beweist,« versetzte die Königin, »daß sie dich doch liebt. Wie kannst du glauben, sie sei dir nicht mehr zugethan? Wäre dies der Fall, so hätte sie die ihren Aufenthaltsort nicht genannt und dich nicht aufgefordert, ihr dahin zu folgen.« Hassan antwortete, »O Herrin aller Könige, Zuflucht der Reichen und der Armen! Ich habe dir alles gesagt, wie es sich ereignet hat und gar nichts verheimlicht. Nun erflehe ich deinen Schutz bei dem erhabenen Gott, habe Mitleid mit mir und verschmähe diese gute Tat und den Lohn vom Herrn nicht, lindere meinen Schmerz und erfreue mein Auge durch die Vereinigung mit meiner Gattin und meinen Kindern.« Nur al-Huda schüttelte lange den Kopf. Endlich hob sie ihn ernst gegen Hassan hin und sagte, »Ich werde dir alle Mädchen von der Insel vorstellen und aus Mitleid zu dir deine Gattin dir wiedergeben, wenn du sie unter ihnen erkennst. Findest du sie aber nicht, so lasse ich dich vor der Tür meines Schlosses hängen.« »Gern«, rief Hassan aus, »nehm ich diese Bedingung an, Königin der Zeit.« Er rezitierte dann folgende Verse. »Ihr habt Liebesschmerz in mir erregt, und ihr seid selbst ruhig, geschlaft, während ihr meinen wunden Augen den Schlaf geraubt habt. Ihr habt mir Treue geschworen und wurdet treulos, als ich euch mein Herz geschenkt. Ich war ein Neuling in der Liebe, als ich mich euch hingab. Seid nicht grausam gegen mich, sonst beklage ich mich über euer Unrecht. Fürchtet ihr nicht Gott, wenn ihr einen Liebenden tötet, der des Nachts die Sterne beobachtet, während andere schlafen?« »Bei Gott, o meine Genossen, wenn ich hier sterbe, so schreibt auf meinen Grabsteinen, hier ruht ein Märtyrer der Liebe. Vielleicht wird einer, der gleich mir die Liebe kennt, wenn er vorübergeht, mich grüßen.« Nur al-Huda erteilte hierauf den Befehl, daß alle Mädchen ins Schloss kommen sollten. Die Alte mußte sie Hassan hundertweise vorführen, bis zuletzt kein Mädchen in der Stadt übrig blieb, das Hassan nicht gesehen hätte. Die Königin fragte ihn dann, »Hast du deine Gattin gefunden?« Und als er »Nein« antwortete, geriet sie in heftigen Zorn und sagte zu der Alten, »Lass nun alle Mädchen aus dem Schlosse herkommen und stelle sie ihm vor.« »Hast du siehst?« Da trat die Alte hervor, ergriff die Schleppe der Königin, küßte die Erde vor ihr und sagte, »O Königin, bei der Erziehung, die ich dir gegeben, übereile dich nicht. Du weißt, in welche Gefahr sich dieser arme Mann schon begeben und wie vielen Leiden und Schrecknissen er schon getrotzt hat, weil das Auge des Himmels über ihn wachte und ihm ein langes Leben bestimmt war. Nun ist er in dein Land gekommen, im Vertrauen auf deine Gerechtigkeitsliebe, und du willst ihn töten lassen?« »Alle Reisenden werden dich eine Feindin der Fremden und eine Mörderin nennen. Übrigens fällt er ja immer deinem Schwert anheim, wenn seine Gattin sie später nicht findet. Du kannst ihn ja immer noch umbringen lassen. Ich habe ihm nur in der Hoffnung auf deine Güte Schutz gegeben, und weil ich auf deine Billigkeit und Gnade vertraute. Sieh nur, wie beredet er ist, wie er alle seine Gefühle in Versen auszudrücken weiß. Seine Worte sind wie einander gereihte Perlen, und da er doch einmal hier ist und mit uns gegessen hat, so müssen wir ihn lieben und bedenken, wie schwer die Trennung ist. Sie ist ja tot, besonders die von den Kindern. Du sollst indessen schuldlos an seinem Tode sein, wenn du ihm auch dein Antlitz zeigst. Tust du das aber nicht, so laß mich nur mit ihm umbringen.« Die Königin sagte lächelnd, »sollte ich etwa seine Gattin sein? Doch bringt ihn her.« Hassan wurde wieder zur Königin geführt, und als sie sich vor ihm entschleierte, stieß er ein lautes Geschrei aus und fiel in Ohnmacht. Die Alte pflegte ihn, bis er wieder zu sich kam, aber sobald er einen zweiten Blick auf die Königin warf, sank er wieder, bewußtlos zu Boden. Als Hassan sich durch die Pflege der Alten wieder erholt hatte, sah er der Königin wieder ins Gesicht und schrie so laut, daß fast das Schloß zusammenstürzte. Auf die Frage der Alten, was dies bedeute, antwortete er, »Diese ist entweder selbst meine Gemahlin oder hat mit ihr die vollkommenste Ähnlichkeit.« Da sagte die Königin zur Erzieherin, »Der Mensch ist rasend oder er lügt, denn wie würde er sonst sagen, ich sei seine Gattin?« »Entschuldige ihn,« rief die Alte, »denn wer an Nebesqual leidet, für den gibt's kein Mittel mehr, der gleicht einem Rasenden.« Hassan weinte und sprach folgende Verse. »Ich sehe ihr Ebenbild und zerfalle vor Sehnsucht und vergieße heiße Tränen auf ihrem Wohnorte und bete zu dem, der mich mit ihrer Trennung heimgesucht, daß er mich wieder mit ihrer Vereinigung beglücke.« Dann sagte Hassan, wieder zur Königin sich wendend, »Nein, bei Gott, du bist es nicht.« Die Königin sagte lachend, »Fasse dich, lasse deine Tollheit und Raserei. Sieh mich recht an und erkläre dich deutlicher, vielleicht ist deine Hilfe nahe.« Hassan sagte, »O Herrin aller Könige, Zuflucht der Reichen und der Armen, ich habe dich wohl betrachtet und gefunden, daß du meine Gattin bist oder ihr vollkommen gleichst. Was willst du mehr von mir wissen?« »Sage mir,« erwiderte die Königin, »worin hat deine Gattin Ähnlichkeit mit mir?« Hassan antwortete, »Sie hat deine leuchtende Stirn, die Röte deiner Wangen, deinen hübschen Wuchs, deine süßen Worte, deine schöne Gesichtsbildung, deine lieblichen Augen, deinen blendend weißen Teint.« Als die Königin dies hörte, lächelte sie, schaukelte sich hin und her und warf einen wohlgefälligen Blick auf sich selbst. Schweißtropfen bedeckten ihre Stirn, ihre Wangen röteten sich, ihre Augenbrauen wölbten sich und ihre Augen sprühten Feuer. Mit der größten Lebhaftigkeit sagte sie zur Alten, »Führe Hassan wieder in seine Wohnung zurück. Dort bediene ich ihn selbst, bis ich über ihn ins Klare komme. Denn ein Mann, der aus Liebe zu seiner Gattin so viel tut, verdient unsere Hilfe.« »Hast du ihn zurückgeführt, so komme schnell wieder zu mir und, so Gott will, wird alles zum Besten enden.« Die Alte ging hierauf mit Hassan in ihre Wohnung und befahl ihren Sklavinnen, alles zu tun, was er von ihnen verlange. Dann kehrte sie wieder zur Königin zurück, die ihr befahl, sich selbst zu bewaffnen und mit tausend wackeren Reitern sich zu ihrem Vater zu begeben, ihre jüngste Schwester zu grüßen und sie zu bitten, sie möchte den Kindern die Panzer anziehen, die ihnen ihre Tante geschenkt, und sie ihr schicken, denn sie sehne sich sehr nach ihnen, empfahl ihr aber, ja nichts von Hassan zu erwähnen. »Hast du einmal die Kinder bei dir?« fuhr die Königin fort, »so lade auch meine Schwester zu einem Besucher ein. Eile du aber mit den Kindern voraus. Sie mag langsam nachkommen. Nimm du auch einen anderen Weg als sie. Reise Tag und Nacht, halte dich keinen Augenblick auf der Reise auf und kehre so bald als möglich mit den Kindern zu mir zurück. Hüte dich aber wohl, einem Menschen etwas von deinem Auftrag zu sagen. Ich schwöre dir dafür den heiligsten Eid, daß, wenn meine Schwester seine Gattin ist, ich sie ihm wiedergeben und mit ihren Kindern in seine Heimat reisen lasse. Ich will nun sehen. Wenn die Kinder Ähnlichkeit mit ihm haben, so glaube ich ihm. Sage ihr, daß ich sie schon so lange nicht gesehen habe und ich mich nach ihr sehne. Du hast gehört, wie Hassan sagte, sie habe vollkommene Ähnlichkeit mit mir. Und Gott weiß, daß eine Frau wie sie beschrieben, keine andere als meine jüngere Schwester Manna Alnisa sein kann. Die Alte traute diesen Worten und wußte nicht, daß sie beschlossen, Hassan töten zu lassen, wenn ihre Schwester nicht seine Gattin sein sollte. Sie küßte die Erde vor ihr, gab Hassan Nachricht von dem Befehle der Königin, und dieser, ganz außer sich vor Freude, küßte der Alten die Stirn. Sie aber sagte, »Küsse mich nicht auf die Stirn, sondern auf den Mund als Zeichen des Dankes für dein Heil!« Sie sagte ihm dann noch, »Sei heiter und frohen Muthes, mein Sohn, so Gott will, wirst du durch mich an dein Ziel gelangen.« Die Alte bewaffnete sich dann, nahm tausend ausgerüstete Streiter mit, flieg ins Schiff und fuhr in drei Tagen nach der Insel, wo der König mit Manna Alnisa residierte. Sie ließ ihre Truppen von der Stadt lagern und ging allein zur Prinzessin Manna Alnisa, grüßte sie und sagte ihr, »Die Königin ist böse, daß du sie so selten besuchst.« Manna Alnisa ließ sogleich die Zelte zur Reise hervorholen und legte allerlei Geschenke für ihre Schwester zurecht. Auch der König, welcher von der Terrasse aus die Zelte vor der Stadt sah und hörte, daß nur Alhuda ihre Schwester Manna Alnisa zu sich reingeladen habe, ließ allerlei Kostbarkeiten aus seiner Schatzkammer holen, um sie ihr zu schicken. Auch ließ er viele Truppen zu ihrer Begleitung ausrücken, denn er hatte eine besondere Vorliebe zu Manna Alnisa, Frauenlicht, welche die einzige Tochter ihrer Mutter war. Die anderen sechs Töchter waren von einer anderen Mutter. Die älteste hieß Licht der Leitung, Nur Alhuda, die zweite Morgenstern, die dritte Morgensonne, die vierte Perlenbaum, die fünfte Herzenserquickung und die sechste Mädchenkrone. E.A. Productions D.A. Productions D.A. Productions D.A. Productions D.A. Productions